... Du wolltest bei Studio Hamburg umdrehen, oder? Ja, da fangen wir jetzt vorne durch den Scheißel oder gar nicht? da habe ich ihn nicht mehr mitgenommen wenn wir in der Barschkette gefahren sind, sind hier vorne in der Straße gehalten wir sind hier in der Barschkette Ich gehe mal hier ich glaube, das ist von der Fieber ich hab die eben fast geledert, ne? ja, weil meine Handschuhe an den scheiß Gummigluss geklebt haben und wenn du gleichzeitig bremst und Gas gibst du ja, die hat aber nicht funktioniert ja 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 das ist ja eigentlich nur so wie die Hummel hochgefahren, ne? ja 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 ja